Rund um den Globus trägt Schunk dazu bei, dass Bahnen sicher von A nach B kommen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Erdungskontakte. Sie übertragen den Strom vom Drehgestell auf die Räder. Erdungskontakte sorgen also dafür, dass der Stromkreislauf geschlossen ist, von der Oberleitung über die Räder bis zur Schiene. Die von Schunk patentierten Kohle-Kohle-Erdungskontakte bestehen aus Elektrographit. Dieser Hightech-Werkstoff bietet erhebliche Vorteile. Der Verschleiß ist geringer, die Lebensdauer länger. Erdungskontakte bringen Züge nicht nur zum Fahren, sie machen die Bahnfahrt auch sicherer. Denn Erdungskontakte schützen Passagiere vor elektrischen Schlägen und bringen Gleissignale zum Leuchten. Schunk bietet Spitzenqualität, die überzeugt. Auch als Hersteller von Erdungskontakten nimmt das Unternehmen im internationalen Markt eine Spitzenposition ein.